Das VENUDIA ist das Institut in Augsburg, welches sich mit dem umfassenden Wissen über Sexualität, Berührung und Liebe auf allen Ebenen und in jedem Alter auf der energetischen, der psychologischen und der physischen Ebene beschäftigt. Dabei finden fernöstliche Meditations-, Behandlungs- und Berührungstechniken mit ihrem feinstofflichen Grundlagenwissen ebenso wie die modernen, grobstofflichen Erkenntnisse der westlichen Welt Einzug in unsere Arbeit als Berührungs- und Bewusstseinstherapeuten. Mehr erfahren Sie unter www.venudia.de. Wir freuen uns auf Sie!